Wahre Liebe ist, wenn man keine Gegenleistung erwartet. Lasst uns einander immer mit einem Lächeln begegnen, denn das Lächeln ist der Anfang der Liebe. Liebe ist, wenn das Glück des anderen wichtiger ist als dein eigenes. Das Geheimnis für ein gutes und langes Leben ist, die Hälfte essen, das Doppelte gehen, das dreifache lachen und ohne Maß lieben. Der Hass hört nicht durch Hass auf, sondern nur durch Liebe. Das ist eine ewige Regel. Liebe ist ein Geschenk der eigenen innersten Seele an den anderen, damit beide ganz sein können. Wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du auch andere nicht lieben. Harte Zeiten werden immer wahre Freunde offenbaren. Liebe alle, vertraue wenigen. Alles ist wahr, aber nicht jeder ist echt. Du brauchst niemanden, der dich vervollständigt. Du brauchst nur jemanden, der dich vollkommen akzeptiert. Wenn du jemanden liebst, sag es ihm, denn Herzen werden oft durch unausgesprochene Worte gebrochen. Wenn du eine Blume magst, pflückst du sie einfach ab. Aber wenn du eine Blume liebst, wirst du sie täglich gießen. Du selbst verdienst deine Liebe und Zuneigung genauso sehr wie jeder andere im ganzen Universum. Es gibt zwei Dinge, denen du niemals nachjagen musst. Wahren Freunden und wahrer Liebe. Verändere dich nicht, um das Herz eines anderen zu gewinnen. Bleibe dir treu und du wirst jemanden finden, der dich so mag, wie du bist. Wenn du dich selbst wirklich liebst, kannst du niemals einen anderen verletzen. Ein echter Mann liebt nicht Millionen von Frauen. Er liebt eine Frau auf Millionen Arten. Gib denen, die du liebst, Flügel zum Fliegen, Wurzeln, um wiederzukommen und Gründe, um zu bleiben. Wenn du gibst und eine Gegenleistung erwartest, ist das eine Investition. Aber wenn du gibst und nichts erwartest, ist das reine Liebe. Sei kein Bettler der Liebe, sondern ein Gebender der Liebe. Schöne Menschen sind nicht immer gut, aber gute Menschen sind immer schön. Wahre Liebe wird aus Verständnis geboren. Das größte Geschenk, das du jemandem machen kannst, sind deine Zeit, deine Liebe und deine Aufmerksamkeit. Liebe ist nicht zwischen zwei schönen Menschen. Liebe ist zwischen zwei schönen Herzen. Verliebt euch in Seelen, nicht in Gesichter. Verliebt euch in Seelen, nicht 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 in Se